Ich bin der Johannes Nehrer. Willkommen bei mir am Leitergebirge im Weingott Nehrer. Das Besondere bei uns an Weinen ist, dass wir extrem auf Nachhaltigkeit, biologische Anbau und auch auf Naturverbundenheit schauen, sowohl im Weingarten als auch im Weinkeller. Wir sind ein extrem junges Team. Der Älteste bei uns ist 36, der Jüngste bin ich mit 28. Das Besondere an unseren Weingärten ist die weite Range, die wir am Leitergebirge da haben. Wir haben von sehr warmen Lagen, wo Blaufränkisch ideal passt, bis hin zu sehr hohen, kühlen Lagen auf über 300 Meter, wo Chardonnay perfekte Bedingungen vorfindet. Ich freue mich auf die Wine Mania, weil es als junger Mensch sehr, sehr spannendes, jungen Leuten unser junges Konzept vorzustellen. Und da bin ich sehr happy drüber. Das Besondere an